Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zusammen mit Guido natürlich. Nö. Nein? Okay. Nö. Also Guido, was hast du dieses Wochenende vor? Du hast vorhin irgendwas von gestern gelabert, dass du Gäste bekommst, ne? Und dann hab ich gefragt, Jasmine etwa, und du meinst dann nein. Ähm, mein Cousin kommt. Dein Cousin? Mein Cousin. Ui, dein Cousin, okay. Okay, ach und, ähm, zum Thema, ähm, dieses Bewerten, ne? Also ich hab mir jetzt überlegt, wir bewerten keine Schokoriegel oder sowas, weil wir sind keine Loser, ähm, sondern wir bewerten Schulfächer. Ach du Scheiße. Du fängst jetzt mal an, wir fangen mit was ganz Lockeres an, da hab ich auch eine Eins, ähm, Sport. Also ich hab da jetzt kein Problem mit, weil ich bin relativ gut in Sport, ne? Und, ähm, ja, ich bin halt relativ gut und ich hab auch eine Eins, ne? Mmh, ich auch. Ich find das Fach echt geil, damit man mal Abwechslung hat. Scheiße ist es nur, wenn es in der ersten Stunde ist. Und, äh, was ich ein bisschen unfair finde, es gibt ja Menschen, also Leute, die erblich bedingt, halt nicht ganz so krass sind vom Sport her. Und dann werden die halt schlechter benutzt, das ist ein bisschen unfair. Also generell, ich finde, Sport, Musik und Kunst sollten nicht bewertet werden. Also, Musik, sechs, Kunst, da hatte ich in der Arbeit eine Eins. Das war aber auch ganz einfach die Arbeit. Aber ich muss kurz am Mikrofon etwas umstellen. An meinem? So. Ähm, und, wo war ich jetzt? Ich hab jetzt vergessen. Äh, ja, Musik, ich hatte da sogar diese komische Nachhilfe, das war das erste Fach, wo ich mal Nachhilfe hatte. Also diese komische, nicht in Kunst, in Musik. Ach so. Und, äh, Digger. Ja. So. Äh, wir gehen ja zu Gamescom, Giro, ne? Ne? Das fragst du auch gleich, ne? Und ich hab davor, einen Vlog zu machen. Ja. Ich hab mir sogar schon so Musik anguckt für den Vlog, was ich so machen könnte. Kameras hab ich... Das ist aber gut. Ja, ja. Dann hab ich mir noch Kameras angeguckt. Und mal gucken, ob ich mir... Ein Handy? Nein, ein Handy ist scheiße. Weißt du so. Ja, ich hab ne 4K-Kamera. Ja, aber Audio vom Handy, weißt du. Und... Äh, du hast... Nee, haben wir... Hast du einen Ansteck, Mike? Nein. Aber das könnt... Das hab ich mir auch überlegt. Aber ich hab keine Ahnung, wie das geht. Wie... Das muss man da so am Dings machen. Aber ich werd mich ja eh nicht zeigen. Das hab ich nicht vor. Und dann vloggen wir da. Ähm... Warte, warte, warte. Den ganzen Tag. Wir machen das einfach so. Ich filme so ein paar Ausschnitte. Und du machst danach ein Voice-Over. Nein, 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 nein. Ich mach doch keinen Voice-Over. Ich fühl schon dabei so, als wär das ein richtiger Vlog. Also ich will ja auch dabei reden. Ne Timelapse im Zug machen zum Beispiel. Oder da zeigen, wie ich ihn... Ähm, da so... Wenn ich da so ein zum Beispiel... Keine Ahnung, wenn ich sehe, wer war der... Rivi, hab ich gesagt, ne? Ich hab ja letztens geguckt. Wenn der da ist, so zeig ich ihn so. Nicht mich. Und... Ja. Interviewen wir ihn so. Genau. Ja. Bewerten Sie mal Ihr Outfit. Ey, Chef, wir sind YouTube. Wir sind Kollegen. Wir haben auf YouTube 200 Abonnenten. Dann kannst du uns... Erstens kannst du uns pushen. Das war ins. Wie viel ist dein Outfit wäre. Ja. Ja. Und dann meinte noch meine Mutter, dass wir die Tickets... Äh, die Zugtickets... Drei Tage vor... Ähm... Ja. Den 26. Also wir gehen am 26. hin. Samstag. Ich hab keine Ahnung, wann die meisten YouTuber da sind. Ja. Das Ding ist halt, wir sagen jetzt, wir sind am 26. Ja. Stell dir mal vor... Wir sind dann da. Und da ist niemand. Und dann sind wir im Podcast übelst krass dabei. Stell dir mal vor... Wir sind am 26. Und uns erkennen Leute an der Stimme. Ja, sollen die doch. Also ich hab kein Problem, dass Leute mich sehen. Ich möchte mich einfach nicht auf YouTube noch zeigen, weil... Keine Ahnung. Also ich werd mich irgendwann wieder zeigen. Ich bin jetzt nicht so... Ein German Let's Play hier, der sich nicht zeigt. Äh, und ja. Äh, du? Ja, dich zeig ich als erstes die. So. Äh, was soll ich halt noch? Ähm... Du... Warum sollte man mich in deinen Videos sehen, ne? Aber... Ich sag, du sollst, wärst du ich. So. Ja. Ähm... Ja, Digga, ist so scheiße heute, dass wir in den Gym gehen konnten. Digga. Ja, wie schade, es hat geregnet. Ja, ja, ja. Du hast wahrscheinlich gar keinen Bock auf Gym gehabt. Nein. Aber ich hatte Bock auf Döner gehabt. Äh, und ja. Und, äh, wir werden aber... Also ich hab geguckt, die Gamescom ist von 9 bis... 19. Ja, doch. 9 bis 19. 19. Ja. Äh, ich hab gefragt, mein Papa sagte, ich muss um 18 oder 18.30 wieder im Zug sein. Hat er gesagt. Okay. Okay. Aber ich und Emil haben vor, nicht den ganzen Tag Gamescom zu sein. Ich würd gern noch in Köln shoppen. Digga, was für Shoppen. Ja, da gibt's coole Läden als hier. Ja, wir gehen so lange? Vielleicht nur vor Gamescom? Bis wir alles haben, also wenn wir dann, wenn wir dann, ähm, nicht alles durch haben, bis 18 Uhr, dann gehen wir ja nicht shoppen. Wir laufen einfach durch und gucken, ob wenn wir alles durch haben, dann können wir überall irgendwo gehen. Und ich will wirklich punktgenau um 9 Uhr da sein. Und ich weiß nicht, wie früh ich raufstehen soll jetzt, 5 Uhr? 3 Stunden Zug. Weil, weißt du, was für eine Schlange da ist, wenn du ein bisschen später kommst? Ja. Und Luca... Jetzt können wir eine Stunde vorher da sein. Eine Stunde vorher, dann lass uns 4 Uhr, wir lassen einfach gar nicht schlafen, wir gehen einfach abends schon hin. Wir schlafen im Zug, 3 Stunden pass. Ja, klappt schon, ist ja okay. Gamescom zu Montaufer Bank. Und ich hab... Schaufen im Lambo. Und Luca, der wohnt ja jetzt in Köln, ich glaub, der kommt auch. Also wenn ihr schon, wenn ein YouTuber in Köln wohnt, da geht ihr doch zu Gamescom, oder? Ja, Luca. Luca Concrofter. So. Ja, den kennt man natürlich nicht. Warte, wir sind jetzt vom Thema Fächer bewerten abgehört. Also, was? Stimmt. Ähm... Sport. Sport, da bist du gerammelt. Also, du hast, du hast keinen, so ein 0 bis 10, nix, hast du nix gesagt. Muss ich mal in Stimme oder Fähig machen? Ich sag, Sport kriegt von mir ne 9 von 10. Ne 9? Ich geb 11. Naja, guck mal, ist geil, ist voll das geile Fach, aber man muss sich immer umziehen. Und das ist meistens in den ersten beiden Stunden, da bist du voll verspitzt im Unterricht, das ist scheiß. Ich hab dieses Jahr dritte, vierte Stunde Sport. Und... Jetzt ist es noch scheiß rarer. Äh, was war jetzt mit dem E-Scooter, ne? Da waren wir, wir waren ja bei dieser Expert-Banding da, diese komische. Und der meinte, was, also, was waren nochmal die Folgen? Also, ich darf dann erst ab 22 Führerschein machen. Du kriegst wahrscheinlich eine saftige Geldstrafe. Von wie viel? Eine Million? Also, jetzt nicht, aber bestimmt so 800, 900, bestimmt. Du machst ja fahren ohne Führerschein. Also Leute, es geht darum, Christian hat aus Bulgarien einen E-Scooter und der fährt 30. Und scheinbar ist es neu in Deutschland, dass man nur bis 22 fahren darf und nicht bis 25, versteht zwar nicht. Bei Autos ist ja auch so, es gibt so draußen jetzt 30er-schild, so Tempolimit. Bei Autos, Digga, du hast keinen Führerschein dafür. Ja, aber du darfst doch auch mehr als, wenn du mehr als 10 kmh fährst, dann ist ja erst Geldstrafe. Du darfst ja mehr als... Nein. Doch, weil... In 30er-Zone, wenn du mit 35 geblitzt wirst, kriegst du trotzdem Strafe. Also, ob... Ich meine... Es gibt irgendwie eine Toleranzgrenze von 2 oder 3 kmh. Achso, das ist dann in der Stadt. Ich meinte eigentlich... Also, ich dachte auch in der Stadt, aber ich bin mir sicher auf Autobahnen. Dann ist das so, dass du mehr als... Die Autobahn, wenn unbegrenzt ist... Nee, nicht. Wenn da 130 steht, wenn da 130 steht, fährt meine Mutter mit 140. Zum Beispiel. Ja, aber wenn du da auch geblitzt wirst, kriegst du trotzdem eine Geldstrafe. Sind dann nur 10 Euro oder so, ne? Aber... Ja, ist ja gar nichts. Ähm... Ah, Juki, Mann. Gleich, wenn wir ja streamen, wenn du noch spielen kannst. Und... Ähm... Warte, dann haben wir schon eine Folge. Folge? Acht Minuten. So. Oh. Ähm... Ich hatte einmal... Also meine Oma, die hat mal früher irgendwo gearbeitet und von dem... Also von der Arbeit hat die so irgendwie so ne... So ein Urlaubdings bekommen irgendwo, ich weiß nicht mehr, irgendwo in Bulgarien am Meer oder so. Und dann war ich am Meer und da war so irgendwas auf dem Boden. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin einfach draufgetreten und dann hatte ich zack, ne Boile am Fuß, unten am Fuß. Und ich hatte Schmerzen, die ne ganze Woche lang. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Seeigel? Am... Am... Am Strand. Ja, warte. Geh mal... Geh mal auf Kugel. Ja. Gib ein Seeigel. So. Ja, aber ich hätt's doch... Ich hätt's doch gesehen. Und ich glaub nicht, dass so ein Ding in meinem Fuß war. Das hätt ich doch gespürt. Ja, den hätt's überhaupt machen müssen. Obwohl hier dieses kleine... Dieses Foto hier so... Ja, keine Ahnung. Also ich hätt... Aber ich glaub Seeigel, oder? Groß. Dann merkst du schon. Ja, ich hab's nicht gemerkt. Da war ich glaub... Ich bin mir nicht sicher. Ich war ganz klein. Harmlos? Nein. Es genügt also in der Regel, den Stachel vorsichtig zu entfernen. Aber ich hatte nichts im Fuß. Also ich... In folgenden Fällen sollten Sie jedoch einen Arzt aufsuchen. Wenn Seeigelstachel tief ist, Sie müssen dann eventuell chirurgisch entfernt werden. Oh Gott, ja, nein. Also ich weiß nicht mehr. Ich war ganz klein. Also es war schon lange her. Und da war irgendwie... Ich glaub, da waren so... So See... Wie Seedank, oder wie nennt man das so? Am Strand halt. Und das war halt... Das sieht man dann wahrscheinlich nicht. Ich hab keine Ahnung, was das war. Und am gleichen... Also im gleichen Urlaub. Ich weiß nicht, ob das nicht war. Das war nicht am gleichen Tag. Malle? Nein, das war in Bulgarien. Die Qualle. Ach, Qualle. Nein, Qualle. Das... Das brennt ja. Das tut ja nicht weh. Also... Du weißt, was ich mein. Ja, also dann hat meine Mutter so gesagt. Die meinte so, ich war zuerst im Schwimmbad, weil da gab es ein Schwimmbad mit meinen zwei Onkels und bin dann wieder hochgegangen. Meine Mutter hat mich geduscht. Wir wollten essen gehen, so. Wir haben auch gegessen. Dann bin ich wieder runtergegangen. Meine Mutter meinte, ja, du gehst jetzt nicht wieder zum Schwimmbad. Ich hab dich doch geduscht. Dann hat mein Onkel gesagt, zieh dich aus und geh ins Schwimmbad. Ja, ich bin dann nackt reingegangen, weil ich hatte ja keine Schwimmbadehose und da waren auch zwei Girls. Ja. Und, ja. Und, aber... Ja, weil ich war ja ganz klein, aber ich hatte, wie nennt man diese Schwimmring, diese... Ne? Schwimmflügel? Nein, dieses runde Ding, was man so um die Hüfte macht, so. Der Schwimmring. Ja, okay, war dann doch richtig. Ja, ich hatte eins an. Das war zumindest ein bisschen drüber. Ich glaube, man hat es ein bisschen noch gesehen, aber ich hatte zumindest was rum. Und dann haben die das gesehen und ich bin schnell rausgelaufen und bin dann zum Dings gelaufen, hab mein so ein Tuch draufgelegt, hab dann Ärger bekommen. Von Bademeister? Nein, von meiner Mutter. Von Bademeister. Digga, der hätte sich eins geklatscht, weiß, was eine Legende ich war. Noch so ein... Ja, Digga, ich war schon immer stark. So. Und stimmt, ich wollte noch fragen, da wo du mir den Kuli gegeben hast, was hast du da eigentlich gemacht? Du bist nur rumgechillt, dann hast Kulis verteilt daraus. Ja. Bei diesem Love-Thing. Wow. Wow. Ähm, dann hab ich hier noch... Das hab ich gestern überlegt. Wieso magst du den Valorant jetzt nicht? Ich bin so eine Legende, die... Guckt mal in den Streams. Ja, ich feier Valorant halt nicht so, ne? Aber ich dachte, ich hab... Du hast irgendwie so ein Problem damit, oder so. Ja, nein, Valorant, der ist gut. Okay, ich dachte, du hast schlechte Erfahrungen, oder so. Ähm. Ja, ich verliere halt nur, ne? Aber... Verliere? Nein, ich bin krass. Guckt euch den Streams an. Alter, ich rasier. Gleich, Guido. Beta-Minecraft-Erklär mal. Was muss man denn da machen? Es gibt halt viele Millionen Mods und so. Also, im Grunde genommen musst du gar nix machen. Du spielst einfach Minecraft durch und hast tausende Mods. Ja, genau. Und mach mal ein Beispiel. Mods, warte. Ich google mal. Mod-Beispiel. Beta... Ähm, mein... Achso. Ja. Ne Ahnung. Wie Vögel, neue Biome und so. Also, ich dachte, so neue Sachen zum Craften. Auch. Alles. Ist ganz neues Minecraft, Alter. Ganz neues Minecraft? Komplett. Warte, 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 warte. Ich will einfach mal... Hier Mods, Beta-Minecraft-Mods. Die sind immer aufgelistet. Was... Ich muss doch Forge gucken. Ach, Forge. Äh, egal. Mache. Mache ich später. So. Dann. Ich kann eben gucken. Guido, du musst mal YouTube machen. Ich werde kein YouTube machen. Doch, bei dir wird zwar irgendwie nie ein Video kommen, aber trotzdem. Dann sind wir so eine YouTuber-Crew. YouTuber-Crew, der ist nur eh-Mediger. Eh-Mediger, der hat lange kein Video mehr gemacht. War da seit... Ich hab einen Kanal. Jeder hat einen Kanal, der Kommentare oder... Also, der Kommentare schreiben kann. Naja, ich hab sogar zwei Abos. Zwei? Ja, ich. Okay, Mods. Es gibt insgesamt gibt es... Äh... Ja. 215 Mods. 215? Oh, okay. Elf Ressourcen-Pakete. Ressourcen? Ressourcen-Pakete. Warte, ich schick das einmal rüber. WhatsApp? Ab. Äh... The Profile... Nein. Äh, wie kann ich dir das schicken? Über WhatsApp oder worüber? Geh einfach mal... Ach, hast du Forge, ja, ne? Bestimmt hab ich Forge. Ja, du hast ja schon mal einen Mod gespielt. Achso, du meinst in Minecraft. Nee, ich meinte... Curse Forge. Ja, Curse Forge ist dasselbe. Ähm... Also, ich hab scheinbar ein eigenes Mod-Pack. Dann hab ich hier Beta Minecraft. Was? Create Life 2? Er... Beta MC in Klammern Forge. Forge. Ich hab Fabric. Hier, Fabric, warte. Gib ein... Beta MC Forge. So. Ich hab... Dann... Da, BMC 3. Dann... BMC 2 hab ich. 2, okay, dann 2. Also, die ist Beta Minecraft Forge BMC 2. Okay, 2, okay. Ähm, das werden wir auch gleich streamen. Ich weiß nicht, wann... Äh, doch, ich weiß schon, wann die Podcast-Folge online kommt. Also, wenn die Podcast-Folge online kommt, haben wir das vielleicht schon streamt. Aber wieso ne... Wir haben schon. Aber wieso denn 2? 2 spielt in der Version 1.18.2. Und du hast ja... Was 3? 3 spielt... 1.19.2. Ja, dann installiere ich mir das auch 3. Okay, ich drücke... Das hab ich ja nicht mehr. Ich hab nur Fabric. Und, ja, da das zum Thema. So, was gab's noch? Äh, lass mich nachdenken. Worüber wollte ich? Ähm, was machst du? Äh, Sonntag bin ich beim Geburtstag. Montag? Bin ich den ganzen Tag angeln. Wow. 1. Mai, das ist in der Familie so, wie geht es angeln. Ja, 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 ja. Immer ausreden, so... Äh, okay. Ich kann eine Bildschicken vom Fisch, den ich fange. Ja, versuch mal. Du fängst doch eh nix. Du kannst eh nix. Versuch's doch. Hm, hm, hm. Okay. Ah, nein, ich hatte doch grad was. Äh, okay. Du bist also ein Profi-Angler? Ich bin Profi-Angler. Okay, schön. Angler from the Profi des Todes. Hast du schon mal einen großen Fisch geangelt? Ja. Wann? An die Leute, die angeln, werden's jetzt verstehen. Du wahrscheinlich nicht. Doch, ich bin auch Profi. Äh, ich kann nicht sagen, wann das war. Ähm, mein größter Fisch war ein Hecht. Doch, ich kenn nur Hecht. Das ist nur ein Sportlehrer, aber okay. Mein größter Fisch war ein Hecht und, äh, der war tatsächlich einen Meter lang. Äh, ich hab irgendwas markiert, Hilfe. Nein, falsch. Warte, ich wollte ein Foto zeigen. Morgen geht's zu einem Forellenteich, heißt ich werde wahrscheinlich eine Forelle angeln. Wie lang? Ein Meter? Das ist ein Hecht. Der sieht wie... Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber... Mein Lachsforelle. Mein, ein Lachs, was? Lachs, Lachs, Lachs... Lachsforelle. So ein Fisch angel ich dir morgen. Und dann bringst du mir zu mir nach Hause? Wenn du willst. Wie groß sind die denn? Sieht gar nicht so groß aus. Ja, unterschiedlich. Wir haben die, die... Es gibt die halt zehn Zentimeter, es gibt die bestimmt auch einen Meter. Welchen angelst du mir? Ein Meter? Acht. Acht? Also, mein Vater ist ja auch ein Profi-Angler. Hast du diese komische, wie nennt man das, Schein, Führerschein, Angelschein? Angelschein, Angelschein. Ja, sehe ich, hier habe ich den. Ah, als Hopi-Pop. Okay. Ja, sehe ich hier, obwohl das ja scheiße. Also, ich muss noch Video bearbeiten, ich habe es heute nicht gemacht, ich war zu faul, ich habe gelegen. Und dann würde ich noch gerne, schreibt, geht zu mir im YouTube-Kanal so und schreibt mal da gerne so Mods-Ideen, weil ich würde gerne gleich mit Guido auch Mods ausprobieren. Oh ja, ey, schreibt bitte auf YouTube Kommentare unter Stream oder unter Neue Video. Ja, mein YouTube-Kanal ist gute Mods, genau. Also, ich habe eine gesehen, das war so eine Atombomben-Mod, da kannst du halt eine Atombombe zünden. Dann würde ich noch eine austesten, wo wir im Weltall fliegen können. Das wäre gerne, warte, dann machen wir dazu eigene Videos, ne? Ja, 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 Videos. Minecraft wird das nächste Projekt und dann... Hoffentlich. Nicht hoffentlich, das wird das nächste Projekt. Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Ich starte bei Minecraft, um einmal reinzuschnuppern. Ich nicht. Ja, okay. So, Leute, Guido muss gleich essen. Deswegen müssen wir schnell ausmachen. Ja, ich höre schon unten, was die Tischdecken. Alles klar. Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Heute ein bisschen drei Minuten kürzer. Zwei, eine Minute kürzer. Also, das ist kein Problem für euch. Danke fürs Zusehen, äh, Zuhören. Ich höre die letzten Folgen nochmal an und dann passt das. Ja, na klar, Zusehen, Zuhören, hängt davon ab, wo ihr guckt. Schaut mal meinen YouTube-Kanal oder beim Podcast vorbei. Ist alles unten im Podcast- oder Videobeschreibung. Dann einmal bewerten hier. Ja, auch sowohl in YouTube und auch in Spotify. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.